Dann ziehen wir uns mal hier ne Runde rein. Zwei Euro Einsatz. Raus ruhig was anständig draus hier. Zwei Euro? Echt jetzt? Dein Ernst? Zwei Euro. Komm wir nehmen euch an in der Verlängerung. 4 Euro dazu und dann machen sie das schon wieder. Zahne 24. Schwache Leistung. Und dann gibt es mal hier noch nen Lucky Pharao. Los gehts. Ah du rückst doch mal Papa was bist raus hier. Das reicht auch nicht. Ach gerade so. Davon ein paar mehr. Jetzt schauen wir gleich ein bisschen weniger kaputt schade den gönnen wir uns noch gut der hat keinen bock spürwechsel so dann schauen wir mal ob der was für uns übrig hat hier 2€ ist gut los gehts was w w w w oh er ist da sofort gewinnen hmm jawohl ja 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 oh ja 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 jetzt wechseln er aber und kaputt na gut wechseln wir eine Runde dann drehen wir eine Runde ja 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 na komm schon für trusted EUR muss doch alle leben Oh, letzte Chance, 6 Euro nach Wahnsinn, ganz große Klasse und wir drehen doch mal hier Oha, da klingelt's, sehr schön Oha, da klingelt's, sehr schön Oha, da klingelt's, sehr schön Die Nummer 10 90, 40, besser wie nix Dann gibt's hier mal Freispüle Ah, nur drücken drin hier, Kapuzenheini Hat da nicht mehr so viel Kram, ey, kann doch wohl nicht sein Jaa, so oder so ähnlich Und heute versuchen wir mal unser Glück hier ne Runde Na, los geht's Gucken ob wir hier was ergattern können Den mit der Mütze brauchen wir Oha Oha Man, da passt ja wieder nicht zusammen Wahnsinn 10er Doch, natürlich wieder die falsche Farbe Könnt ihr sich ja schon mal blicken lassen Oha 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 So, was gibt's hier ja auch nicht Gehen wir mal auf 2 Euro Oha 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 16 Und hier Das war's Die zwei Euro macht er wohl ja nicht. Sind wir unten angekommen? Kein Wasserkorb hier heute. Schade, schade, schade. Und hier mal zwölf Freispiele. Zwei ist immer gut. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Jetzt schiebt die anderen ohne nach. Obwohl. Das ist immer gut. Das ist immer der letzte Kima da runter, oder? Das ist immer gut. Ja, was? So ein Bild brauchen wir jetzt noch. Und die Nummer 18. Ja, nicht mal so schlecht. Dann drehen wir da mal hier runter. Mal schauen, ob der Moment bei ist. Das ist immer gut. Jawohl. Das ist immer gut. Oh, das ist schon besser. Ich denke, das ist immer gut. Ja, ich denke, das ist immer gut. Und wir drehen mal hier eine Runde. Zweite Freispiel und schon Feierabend. Dann schauen wir uns mal hier 10 Freispieler an. Ein hoher Einsatz Pandabär. Oh, es ist ruhig noch ein bisschen mehr wildet hier. Schade. Knapp daneben. Und heute gibt es mal eine Wonder Magic Tree. Wie lange nicht gespielt. Los gehts. Oh, ich merke die Elfen hier. Noch schlechter kann das ja nicht mehr los. Okay, sowas muss es auch geben. Dann schauen wir mal hier rein. Dann 7 Freispiele. So, das holen wir die Karo rein. So, wir nehmen ja eine Verlängerung noch unglicher. So, noch ein bisschen was höherer drin kommt hier. Ja. 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 Ohne Verlängerung. 15 Euro 60 Cent. Ach komm. Meine Leiter. Weg sind sie. Schade. Und heute drehen wir mal hier eine Runde. Volle Dröhnung. Los geht's. Die Leiter. 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 Das kommt schon. Jetzt zier dich nicht so. Die Leiter. Die Leiter. Die Leiter. Die Leiter. Immer wenn es spannend wird. Die Leiter. 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 Ich bin ja wechseln.